Ja, der Markt ist noch zerrissen, ihr seht das. Eigentlich bin ich gar nicht so unzufrieden beim DAX, zumindest mal wenn wir hier auf den Index gucken, dann sehen wir, dass diese Bewegung hier hoch gar nicht so schlecht ist. Wir haben zwar zwei Gegenbewegungen, die sind aber überlappungsfrei, das ist eigentlich eine gute Geschichte und ABC wäre ein gutes Zeichen für nochmal Käufe. Na gut, wenn ich das hier mal angucke, da ist jetzt hier ABC, das wäre vielleicht eine Kaufmarke, nur dann sollte er nicht mehr so tief gehen, weil es das CRV, das Chance-Risiko-Verhältnis, nicht mehr so attraktiv für die Geschichte. Der DAX hat sich allerdings noch zumindest mal die Option offen gehalten, hier in den nächsten Stunden doch nochmal nach oben hin zu entweichen. Zumindest mal sieht das im Index aus, bald hat der ja Feierabend, also wenn er Glück hat, rettet er sich auf diesem Niveau und hat dann dieses Bild gelassen. Wenn wir auf den Future gucken, muss man allerdings sagen, der ja auch den Nachthandel mit enthält, sieht das Bild ein bisschen ernüchterner aus, denn das Bild hier beim Future, also bei dem das fast 24 Stunden geht, da sehen wir schon, dass die Aufwärtsbewegung eher korrektiv aussieht. Woran sehen wir das? Entweder vom tiefsten zum höchsten Punkt, dann sind wir aber dreiwellig, das ist korrektiv, oder wenn die Bewegung doch noch weiter gehen sollte, dann haben wir aber hier und hier Gegenbewegung mit Überschneidung, also egal wie, wir kommen aus dieser Geschichte eigentlich korrektiv nicht mehr raus. Also ist die Chance, dass es jetzt wirklich im Kleinen schon nach oben entweicht, jetzt nicht unbedingt die vorrangige. Wir müssen also damit rechnen, dass auch dieses Tief, was wir hier jetzt hatten, 14.300, ganz grob jetzt, ihr lest selber genau nach, hier auf dem Future-Kontrakt, dass diese Marke nochmal einmal nach unten fällt, weil das eben, wie gesagt, nicht der Lieblingsbullenmarkt ist. Das passt eigentlich auch ganz gut zu den Amerikanern, denn wir sehen schon, dass die Amerikaner hier auch im 15-Minuten-Chart oder im 4-Stunden-Chart immer noch die Abwärtsrichtung hier haben. Und jetzt, wo wir so tief runtergegangen sind, diese Marke sicherlich auch noch fällt. Der Hintergedanke war eigentlich der, Mensch, wenn wir hier zack, 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 leicht überlappungsfrei, latent, und dann hier so eine A, B, C, aber da seht ihr schon, das ist sehr lang, das heißt, dieses Einstiegsniveau gibt uns ein sehr doofes CRV. Natürlich, wenn er jetzt ganz weit läuft, dann wäre es natürlich immer noch okay, aber so als Initiation habe ich es lieber, wenn es schöner ist, so rum. Also insofern ist der amerikanische Markt auch ganz schön auf abwärts noch gebürstet. Und ich sage mal, so frech bin ich, wir sehen die 33.000 auch nochmal von unten, und dafür spricht eigentlich vieles hier, wie gesagt, beim Märzkontrakt des Dow Jones Futures in dem Fall. Eigentlich passt das nicht so schlecht auch in das Gesamtbild, wenn das auch für die S&P 500 Anhänger, also den etwas breiteren Markt, der allerdings, muss man dazu sagen, ja sehr Tech-lastig ist, weil da die Gewichtung ein bisschen zugunsten der Tech-Titel ist, der großen Titel, die Apple, Amazons und Alphabets dieser Welt. Aber ich denke mal, insgesamt muss man auch sagen, dass hier aufwärts im 15-Minuten-Chart, es ist nicht zu erkennen, man sieht nicht, dass das ein Aufwärtsmarkt sein soll hier. Steile Flanken runter, nicht wirklich eine tolle Gegenantwort und wackelig runter, nee, also es ist nach wie vor hier nicht zu erkennen, dass der Markt irgendwelche Stärke hat. Und ich sage mal so, diese Marke hier, 4.260, beim Future, wie gesagt, Märzkontrakt jetzt hier, die Marke hier, das ist die Form, was haben wir, komm, ich muss mal groß, oh Gott, ich muss mir das mal merken. Also nochmal, das ist jetzt hier die Bewegung beim S&P 500 Future, den Märzkontrakt 15-Minuten-Basis, dann sehen wir diese Marke, ich denke mal, ist realistisch, dass die noch fällt, diese hier, auch diese hier nochmal, und wenn wir dann rauszoomen, da seht ihr, müsst ihr doch nochmal wieder rüber wechseln, dann würde ich sogar das Tief vom 24. Januar, das liegt ungefähr bei, wo haben wir es, bei 4.200 und ein bisschen, ja, das wird wohl auch nochmal angegriffen werden. Ich denke mal, die Chancen dafür sind zumindest mal sehr groß. Wie kann man aktiv werden? Für diejenigen, die heute Intraday noch was reißen wollen, wäre eine Möglichkeit, die ich ja immer nicht so schlecht finde, zu schauen, ob wir jetzt vielleicht wackelig irgendwann mal wieder nach oben gehen, denn das Letzte, was wir hier haben, ist immer eine starke Bewegung, also mindestens irgendwie eine Gegenbewegung, die Schwäche zeigt, wäre mir lieb, um mich dann nochmal auf Fahrtrichtung dann einzunorden. Gleiches gilt übrigens in sehr ähnlichen Maße. Ihr seht, Nasdaq 100, jetzt hier auch der Future, ist, was das angeht, sehr, sehr ähnlich. Scharfe Abwärtsbewegung, guckt mal, ob er nicht irgendwie wenigstens was Wackeliges in die Gegenrichtung hinkriegt, aber letztlich sieht es danach aus, dass sowohl die Aufwärtsbewegung hier im 15-Minuten-Chart als auch das ganze Bild hier im 4-Stunden-Chart. Ich mache mal dieses Bild hier in groß, also das ist quasi diese Abwärtsbewegung, das ist das im 4-Stunden-Chart, damit ihr das hier nochmal größer seht. All diejenigen, die jetzt auf den mobilen Geräten sind, es sieht nicht so wirklich doll aus. Die Chance besteht allerdings, dass das nicht mehr ewig geht, weil wir schon in diesem fünfwelligen Verhalten sind. Das sieht schon nach Ending aus, Ending deshalb, weil das hier korrektiv überschneidend ist. Es ist in Trendrichtung, es ist ganz klar ein Abwärtstrend, da müssen wir nicht drüber nachdenken, aber wir sehen, dass in Trendrichtung diese und diese Gegenbewegung überschneidend sind. Also ich sehe die Chance, dass das nicht mehr ewig tiefer geht. Im Moment sehe ich allerdings null Ambitionen, dass der Markt wirklich Bock hat für nach oben. Also die Indizes aktuell alles andere als stark und dementsprechend keine direkten Kaufkurse. Wie, was bräuchte ich, damit ich mich doch wieder auf die Kaufseite, denn ganz häufig ist das, jetzt sage ich, ja, abwärts. So, eine Viertelstunde später sieht das Bild so aus, ja, das ist ein Kaufmarkt. Vorsichtig, noch kein Kaufeinstieg. Aber wenn er jetzt das macht, das kann ab sofort passieren, das weiß ich doch nicht, kann ich in die Zukunft nicht sehen. Wenn er das von irgendwo aus macht, egal, eigentlich ist die Länge egal, das kann auch so lang sein, es kann auch so lang sein, das kann auch so lang sein. Aber wenn er irgendwas macht, was stark in diese Richtung geht und dann, ganz wichtig, schwach in diese Richtung, lasst euch das zeigen, dass die andere Seite schwach ist, ist die Fortsetzung in die starke, in die zuletzt starke Richtung die relevante. Da die letzte starke diese ist, würde ich bei Wackeleien immer mal auf die Fortsetzung gucken. Wenn allerdings jetzt die nächste eine starke nach oben wird, das kann sofort passieren, habe ich eben gesagt, aber wer weiß, vielleicht geht er wirklich nochmal ein tiefer, durchstößt hier so die letzten Tiefs, was ist das hier gewesen von gestern Vormittag hier, dass er das nochmal durchstößt, das weiß ich nicht. Ich bin ja kein Hellseher, blöderweise. Aber wenn er dieses hier macht und danach diesen starken Anstieg, und der wird kommen, ob der da passiert, ob der Anstieg hier passiert oder nochmal einen Meter tiefer, ist dabei völlig wurscht, aber sobald diese starke Bewegungsrichtung dann mal in diese Richtung auftaucht und wackele ich in die, naja gut, dann sind wir vorläufig erstmal auf der longen Seite wieder dran. Viele wünschen sich natürlich eine Aussage, nee, sag mir mal, ob er jetzt steigt, ob ich jetzt einsteigen kann, um bald die 20.000 beim Nasdaq zu sehen. Ja, da wären wir wieder beim Rumraten und das wissen wir alle nicht. Einige schreiben auch immer wieder, Mensch, die Chart-Technik, das ist doch Astrologie, das hängt doch davon ab, was Putin macht und was hier die Amerikaner vielleicht noch machen oder was auch immer. Ja, das mag schon sein, aber blöderweise wissen wir das ja weder aus der Chart-Technik noch mit gesundem Menschenverstand. Das heißt, wir müssen abwarten, wie die Reaktion ist. Und der Chart gibt uns dann die Stimmung der Marktteilnehmer wieder, nämlich ob sie darauf so oder so reagieren. Das heißt, es kommt nicht darauf an, was ich glaube, das ist nämlich sowieso unrelevant. Blöderweise ist es auch völlig unrelevant, was ihr glaubt. Es ist leider so und das meine ich gar nicht despektierlich. Es ist entscheidend, was die Marktteilnehmer in der Summe machen. Und das lässt sich nicht schöner beschreiben als durch das Chart-Bild, denn das zeigt ganz klar, was die Marktteilnehmer machen, ob sie nämlich in einer großen Abwärtsbewegung oder in einer wackeligen Abwärtsbewegung sind. Daran kann man erkennen, nicht nur die Richtung, sondern auch die Art und Weise, wie agiert wird. Und das ist aus meiner Sicht der Mehrwert, den wir aus den Charts dann haben. Das ist für viele relativ schwierig. Ich lese immer ein bisschen mit Amüsement, hätte ich fast schon gesagt. Naja, aber das Thema, ja, das ist Astrologie. Das hat natürlich mit Astrologie überhaupt nichts zu tun. Eigentlich ist es das, was wir aus dem Internet kennen, nämlich die Rezession, eine Kundenbefragung, die wir hier betreiben. Nämlich, wie zufrieden sind Sie mit dem Kurs? Offensichtlich einige nicht. Deshalb haben Sie dafür gesorgt, dass Sie durch Ehrverkäufe den Kurs gesenkt haben. Den Chart können also die jüngere Generation so ähnlich lesen wie die Bewertung im App Store, bei Amazon oder bei anderen Plattformen, wo es darum geht. Was ist Ihre Meinung vom letzten Nasdaq-Kauf? Das ist die beste Darstellung, die man sich vorstellen kann. Fast besser als Prosa, denn hier wird das nicht hinter Worten, sondern direkt in Taten gemessen. So, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.